Ich glaube, heute habe ich wieder ein Schnäppchen gekauft. Da war ich unten am Ort, am Tantel Bieranladen und der Besitzer, der Horst, hat angeboten. Er hat gesagt, das ist der letzte, den er da hat. Davor hat er zwei gekauft, aber jetzt ist schon ein Schwund um 50 Prozent. Das ist der allerletzte, den er jetzt verkauft und zwar ist das ein Allwetter-Schnellkochtopf. Und ich sage, was ist denn das? Bei einem normalen Kochtopf tust du Wasser rein, stellst ihn auf den Herd und schaltest auf Stufe 9 und irgendwann fängt das Ding an zu kochen. Aber du weisst nie, kocht der es so schnell im Sommer und im Winter oder im Herbst oder wenn es draußen schneit, das weisst keine Sau. Und das, was ich jetzt da habe, nur für dich, also für mich, nicht für ihn selber, da war er noch freizügig, das ist ein Allwetter-Koch-Topf. Und ich sage, wie funktioniert das Ding? Wasser rein auf die Herdplatte anschalten, egal bei welchem Wetter. Der funktioniert sogar, wenn die Fenster geschlossen sind. Und ich sage, das ist schon sagenhaft. Und ich frage, was kostet das Ding? Dann hat er gesagt, ohne Verpackung 95 Euro und mit Verpackung 195 Euro. Und ich sage, warum so viel? Und er hat gesagt, das ist nicht viel. Der Kochtopf, der Schnellkochtopf, der Allwetter-Schnellkochtopf ist was besonderes. Und die Verpackung, die Verpackung für den Kochtopf, für den Schnellkochtopf, für den Allwetter-Schnellkochtopf ist auch was besonderes. Gibt es bloß noch einmal. Es ist wie im Museum, wie beim Bild. Dann hat er zu ihm gesagt, ich will ins Museum. Ich kauf bloß das Ding. Dann haben wir noch gehöntelt. Dann habe ich gesagt, ich kauf es nur, wenn ich ein Castel-Display umsonst kriege. Dann hat er gesagt, okay. Und ich würde sagen, das war ein guter Deal, sagt der Brasilianer.